ich habe vergessen mein mikro anzumachen so hallo hallo herzlich willkommen zurück zum nächsten part von another metroid 2 dem fan remake sondern wollen wir mal dahin wo wir nicht durch kamen ich habe so den leisen verdacht dass wir jetzt dadurch kommen wollen wir das mal abchecken gab ja wieder einen schönen kleinen ruckler hier und hier der weg ist frei mal gucken wo wir jetzt hierhin kommen ich immer links und rechts stehen lassen auch jetzt nicht war so schön bis jetzt sind noch keine neuen aufgetaucht ach du heilige bei denen hier los massenversammlung oder wird alles kaputt machen hier alles kaputt schön die mal explodieren immer so ein x das kreuz markiert die stelle wo sich der schatz befindet mal direkt schon wieder neue speicherstation ok ich speichere mal weil ich nicht weiß wird auf mich zukommt ich befürchte wieder grauenhaftes ihr wollt mich doch verkackern ja als ob ihr mir noch irgendetwas anhaben könnt das habe ich jetzt nicht gesehen ja das sieht ja mal geil aus leider kommen wir da nicht hoch die höhle müsse sich eigentlich schon längst gefüllt haben mit diesem wasserfall noch mal gucken immer noch keine neuen metroid wollen wir doch mal gucken hier so langsam wieder nach oben also bis auf eine schöne tropfsteinhöhle verstehst du wegen wasser und so weil das können wirkliche schlacknäten sein also es könnte ja wirklich wegen dem wasserfall da sind wir doch tatsächlich oder kommen wir nicht mehr hoch alles klar ein bisschen aufpassen bei den wasserfällen heißt das hier kommen wir hoch also mindestens kommen wir da irgendwie runter wo noch mal gucken hier ist ein riesiger see kommen da runter aber nicht da gut zu wissen falls wir abkürzen wollen gucken wir uns hier mal ein bisschen um naja so zwischendurch macht der space jump was er will ich möchte mal hier kurz fallen ich möchte die karte mal voll haben hier rüber komm nächstes stück aufdecken bitte machen wir doch mal eben schnell hier werde ich mal einen moffball hochglitern sieht ja alles sehr interessant hier gerade aus hier ist schicht im schacht hier war auf jeden fall irgendwann mal was geplant gut hier kommen wir nicht durch aber hier drüben angeblich sind mit schweiz also ich habe gedacht werden smileys metroid smileys das hört sich irgendwie nicht so drollig an ich speichern noch mal sind wir hier eigentlich ich befürchte ich weiß schon wo wir sind also hier waren die schosses einmal jetzt aber nicht mehr wir haben noch gerade irgendwas neuer metroid gefunden ich weiß ehrlich gesagt nicht ob mir das gefallen will ach stirb doch nur noch acht wir sind aber direkt ausgewachsene das mag mir nicht so gefallen das war echt gemein und die geben aber auch ein bisschen mehr energie hier war keins ich bin jetzt gerade ein bisschen übervorsichtig was aber auch nichts bringt ja alter ich habe gerade irgendwas grünes gesehen ich weiß schon was uns erwartet ach knopf bleibt nicht ständig hängen falscher knopf und wir sind tot wir sind tot das zweite game over in diesem spiel ja continue und zum glück habe ich da noch mal gespeichert meh ach ey warum warum hakt ein feuerknopf so hier nochmal durch fahrer normalen metroid sie ist doch nicht weißt du weiter jetzt haben wir wieder neue metroid gescannt jetzt haben wir wieder neue metroid gescannt die metroid sind schlimmer Ach, die Metroids sind schlimmer wie die Babys oder sowas, weil sie saugen hier die ganze Zeit unsere Energie aus. Warum muss mein... Hä? Oh, jetzt habe ich hier einen Bug ausgelöst oder was? Tatsache. Ich habe einen Bug ausgelöst, ich komme jetzt hier nicht weiter. Ja, geil. Und jetzt? Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. So, jetzt steht da oben 5. Und ja, ich habe dieses Metroid nicht mehr gekriegt. Musst du das Spiel einmal beenden und wieder neu starten? Meh. Aber ich glaube, es war auch so angedacht, dass man die Metroids eigentlich mit den Super Missiles zerstört, weil die spucken immer eine wieder aus. Naja, fuck. Der schrubst jetzt sogar ein bisschen Energie aus. Wunderbar, wunderbar. Drei haben wir noch. Ja, ist klar. Oh. Schön. Noch ein Metroid. Wollen wir nochmal gucken hier. es hat jetzt das ei gewesen oder hört sich ja gar nicht gut an ja auch immer treffen hier die metroid queen wunderbar ich habe keine ahnung wie ich gegen die zu kämpfen habe ich kann die fiecher nicht angreifen oh nix aha Ja Ach komm verreck Wir sind so gut wie tot Toll Ja, wir sind so gut wie tot Ach du heilige 90 HP noch Das Viech, das killt uns doch Das Viech Geil Wie soll ich das verdammt nochmal hinkriegen Und meine Feuertaste ist total für den Eimer Ah Und meine Feuertaste ist total für den Eimer